Hey Cedric, hast du wieder was bestellt? Du musst wahrscheinlich irgendwelches Technik-Zeugs. Ne, was ist denn das? Ich weiß nicht, lass mal gucken. Du hast längere Arme, schau mal da rein. Oh, so ein Grußpaket. Ach, Max-Planck-Gesellschaft. Stimmt, die wollten sich nennen. Hallo ihr beiden, auf den Postkarten sind Fragen für euch. Ach, das sind die Dinger hier. Was ist es dir wert? Die Antworten findet ihr in unseren Max-Planck-Instituten in ganz Deutschland. Oh, da gibt es eine ganze Menge. Schau mal hier zum Beispiel Greifswald oder Plön. Klingt interessant, ne, würde ich mal gerne hinfahren. Ja, darfst du hinfahren. Ich würde dann darüber in den Süden nach Seewiesen, das fände ich mal ganz gut. Ja, wenn da schönes Wetter ist. Ganz wichtig, macht an jedem Ort ein Selfie mit unserem Hashtag, als Beweis, dass ihr wirklich dort wart. Das waren die Dinger, die hier drinnen sind. Guck mal, hier. Ah, dankeschön. Aber jetzt muss man reinschmeißen, weil ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Quiz. Wo willst du hin? Wie holen wir das Sonnenfeuer auf die Erde? Gut, da, Greifswald. Greifswald, da passt doch wunderbar. Dann nehme ich hier den Wein und passt weiter. Dann fangen wir in den Kurs, oder? Achso, ihr könnt übrigens auch dabei sein. Wonachsuchstu ist der Hashtag und das ist auch die Internetseite wonachsuchstu.de. Da könnt ihr eure Fragen stellen und die werden dann auch beantwortet. Und wir kümmern uns jetzt auch um die Antworten mit Wein und mit der Sonne. Genau. Passt, oder? Begleitet uns. Greifswald. Warte, da kannst du auf jeden Fall viel Reisezeit einplanen. Ja. 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 Ja.